Der Kulturausschuss des EU-Parlaments plant neue Regelungen für zum Beispiel YouTube. YouTube soll schärfer reguliert werden. Vorgaben für Werbung, Sponsoring, Produktplatzierung und den Jugendschutz sollen strenger werden. Ein Verbot für Werbung, für Zigaretten und Alkohol ist ebenfalls vorgesehen. YouTuber müssen auf Produktplatzierung oder Sponsoring stärker hinweisen. YouTube würde mit der neuen Regelung die gleichen Werbevorgaben wie TV-Sender haben. Die Vorsitzende des Gremiums sagte dazu, damit sind Ersteller der Videos dazu aufgerufen, wahrheitsgetreu auf Werbeinhalte hinzuweisen. Videos, die massenhaft Produktplatzierungen enthalten und deren Ersteller damit viel Geld verdienen, sollen nicht so tun, als würden sie ein objektives Bildungsangebot machen. Wie findet ihr die neu geplanten Regelungen?